Dave Barry on Little Things, der ist fantastisch, wie er arbeitet. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn auf unserer Beat-Beat-Sendung haben könnte. Unsere nächste Gruppe nochmal, was heißt unsere nächste Gruppe? Wir haben sie schon gehabt. Dave D. Biki-Dosi-McCintich, das ist ein schwerer Name. Davey, where are you? Come here. Davey, wollen wir vorstellen? Say hello. Hello. Guten Tag. Kannst du guten Tag sagen? Guten Tag, ja. Eigentlich ist es abends, aber guten Tag kann ich auch sagen. Davey, have you been in Germany before? Warst du schon mal in Deutschland? Ja, um, twice before. Hamburg, Hannover und Köln. Der war schon in Hamburg, Hannover und Köln und hat mit seiner Gruppe gespielt. Ich glaube, das war aber vor der Erfolg. That was before the big hit, right? Ja. Yes, yes. Jetzt haben sie ein ganz großer Schlager, oder ihr letzter Schlager Holt Tide war ein Riesending, das kennen Sie bestimmt schon. Wir wollten sie auch hören. Und selbstverständlich die allerneueste Schalplatte. What's the name of the new record, Dave? Hideaway. Hideaway, let's hear it. Dave Dean, Vicky Dawson, Rick and Tom's.